So, da sind wir wieder mit einem kleinen Tipps und Tricks Video und ihr habt bestimmt schon den Titel gesehen. Diesmal geht es darum, ihr könnt den Server des anderen nicht finden. Meine Frau und ich haben die Lösung gefunden. Wir haben nämlich gestern Abend, wollten wir streamen, also ich wollte streamen, aber sie hat den Hauptserver und wir haben den Server nicht gefunden. Eine Stunde lang rumprobiert, aber wir haben die Lösung gefunden. Wie ihr seht, warte, ich kann auch aktualisieren, wenn ihr befreundet seid über Steam, braucht ihr eigentlich gar keinen Namen angeben, weil ihr kriegt die Freunde sowieso angezeigt. So, wie ihr seht, ihr seht nix. Dann der Server heißt irgendwas mit lila Laune, keine Ahnung, was meine Frau da eingegeben hat. Also weder hier findet ihr was, da findet ihr nix. Er wird einfach nicht angezeigt. Ich denke mal, viele von euch haben dasselbe Problem, sind hingegangen, haben auch das Spiel neu gestartet. Können wir jetzt auch mal grad schnell machen. Kleiner Versuch. Zack, zack, zack. So, ich spiele neu starten. Ich wette, genau das Problem hattet ihr auch schon. Aber in der Zeit, wo ihr gerade alles lädt. Wie gesagt, wenn ich euch jetzt bei irgendwelchen Sachen schon helfen konnte, sei es in Fortnite, sei es in Valheim, gerne Follow, ne, wir sind nicht bei Twitch, gerne ein Abo dalassen, Like nicht vergessen. So, jetzt spiel starten, starten und was sehen wir? Immer noch kein Freund. So, jetzt kommen wir zu der Lösung. Einfach das Spiel verlassen. Achtung, gut zuhören. Dann unten rechts habt ihr eure Daten, was geöffnet ist. Da auch Steam schließen. Ich habe jetzt Steam geschlossen. Jetzt starten wir Valheim. Ihr müsst nicht Steam öffnen, sondern einfach Valheim öffnen. Reicht auch vollkommen aus. Ihr könnt euch ja schon denken, was kommt. Jetzt verbindet er sich grad mit Steam, weil zwei Monitore da, Spielmonitor da, restliche Desktop und Hass nicht gesehen. Ihr seht, Steam sind mir angemeldet. Spiel geht hoch. Und wir haben gestern wirklich eine Stunde. Davor in dem Stream habe ich eine halbe Stunde es versucht. Was auch hilft, ist natürlich PC neu starten. Aber warte, Spiel starten. Papa Schlumpf. Achtung, Spiel beitreten. Freunde. Ich habe ja gesagt, lila Laune. Zack, so wird von dem Freund. Wird der Server direkt angezeigt. Und bei Community kann es sein, dass ihr da noch suchen müsst. Aber ich denke mal, selbst da... Ne, da ist er noch nicht zu finden. Glaubt mal gucken, ob er ihn dann findet. Aber ihr seht ja, bei Freunde wird er direkt angezeigt. Community muss er wahrscheinlich gerade durchrattern. Also es werden auch komischerweise immer nur 3000, 3600 Server gesucht. Das ist ganz seltsam. Gerade mal gucken, weil viele haben ja auch Community Server, wenn sie beim Streamer drauf wollen oder so und sind nicht mit dem Streamer befreundet. Gucken, ob ich ihn da auch finde. Also bei Freunden haben wir definitiv schon mal die Lösung gefunden. Dundundundund. Na, hier sieht es komischerweise schlecht aus. Aber da hat es eigentlich... Vorgestern stand da da mitten in der Liste drin. Gerade mal gucken, ob er jetzt kommt. Und 3500. Na, es werden immer mehr Server. Dundundund. Na. Oh. Na, hier sieht es... Warten, wir machen mal nochmal neu suchen. Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr befreundet seid, findet ihr den Server direkt. Also der ist direkt da. Bei Community sieht es schlecht da aus. Also wer da einen Tipp hat, also einen Tipp kann ich natürlich geben. Fragt den Streamer, ob ihr euch befreunden könnt. Ich meine, man kann eh nur zu 10. Ob den Server drauf. Ich denke mal, derjenige wird es dann machen, wenn ihr mit drauf dürft. Also seid einfach befreundet. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung. Weil ihr seht ja, Freunde, der Server ist direkt da. So, wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gern ein Abo dalassen. Gern auch bei Twitch ein Follow dalassen. Link ist in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ich gucke mal weiter, weil ich es sonst noch für euch rausfinden kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Weil selbst wir sind noch dabei, das Spiel zu lernen. Und in dem Sinne, haut rein.